Damit die Menschheit in Frieden leben kann, werde ich sie alle töten. Das hier ist eine spezielle Elite-Schule für Jugendliche mit besonderen Talenten. Ihr Auserwählten werdet die Menschheit retten! Lassen Sie es gut sein, Herr Lehrer, und stellen Sie uns endlich den neuen Schüler vor. Mein Name ist Nana Hiragi. Ich kann die Gedanken von Menschen lesen. Seine Kehle wurde aufgeschlitzt und auf dem Rücken befinden sich mehrere Stichwunden. Du verdächtigst mich, nicht wahr? Ist das alles nur Fassade? Diese ganzen Tode jagen mir eine heiden Angst ein. Das war kein natürlicher Tod. Ist was passiert? Sag mal, wo warst du gestern? Ich muss mir schnellstens was einfallen lassen. Ich glaube, ich habe genug Beweise. Ist das dein bester Bluff, den du drauf hast? Ich kann unmöglich meinen nächsten Schritt planen, wenn er alles so genau unter die Lupe nimmt. Gib endlich auf, Kyoja. Ich weiß, dass Nana die Mörderin ist. Uns läuft die Zeit davon! Nana! Kannst du sie töten? Kannst du sie töten? Kannst du sie töten?